Papa, wie viele Knochen haben wir eigentlich in unserem Körper? Ja, das ist doch ganz einfach. Ungefähr 200 Knochen gibt es. Und wie lange bleibt das Essen in unserem Körper? Bis zu 48 Stunden. Und Papa, wie oft atmet man am Tag? So durchschnittlich 20.000 Atemzüge machen wir am Tag. Woher weißt du das alles denn? Das wissen doch alle. Und was macht ihr das Buch in deinem Arbeitszimmer? Du hast gern schon mal.